Gut schaust aus, also für doppelte Beckenfraktur, Schlüsselbeinbruch, Nilsquetschung. Echt so viel? Ja Franz, so viel. Hast du gar kein schlechtes Gewissen? Das wird schon wieder. Alle Tests haben ergeben, dass er eigentlich wieder ganz normal gehen können müsste. Meines Erachtens liegt die Problematik eher hier oben. Was findest du besser? Super white oder crystal white? Vater, wieso sagt mir da keiner was davon, dass sie mir da so eine burschweiße Scheißhütten da mitten auf meine Wiese neustellt? Und, kannst du schon was sagen? Tote, würde ich sagen. Unsere Tote war eine Freizeitschlampe. Schweinegramm, Schmuddelvideos, Livecam. Servus. Herr Rudi, hast du heute einmal mitkommen dürfen? Kein? Herr Pfarrer, ihre kleine Schwester, verdiente auf sündige Weise ihr Geld. Aus! Aus! Du hast eine Affäre mit dem Mordopfer gehabt? Du musst die Gisela aus dem Spiel lassen. Ich kann super diskret sein. Gisela! Gisela! Eins, zwei, drei, vier! Ich bin jetzt Sinnen. Ich schau aus meinem Fenster raus zum Achter. Männer, wer ist dafür, dass der Flötzinger Ehrenmitglied im Club wird? Ludel, die geht ihr! Hier geht ein Serienmörder um und sie und ihr lebt die Bahn in der Nasen. Wir brauchen jetzt halt Profis. Ich freu das ganz auf meiner Seite. Auf meiner eher weniger. Franz, willst du wirklich, dass unser Pauli in einem Stall aufwachsen muss? Du, dem Jesus hat das ja auch nicht geschaut. Die Welt sieht nur im Kreiselweg unter der Vorallem Zeit. Was machst denn du da für eine Sauerei, ha? Das tut uns beide gut. Ludwig? Was soll denn der Schmarrn? Ich protestiere gegen die Gentrifizierung meines Hofes. Ups. Ich glaub, der Blitzer ist leider kaputt. Das ist wahrscheinlich Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und das ist mir wahrscheinlich wurscht. Lies mal, du Hosenscheiße. Born Rebels. Das heißt Born Rebels. Schreibt mir das nicht ein bisschen anders? Als geborener Rebell kann ich das schreiben, wie ich will. Du, für ein Krankenhaus ist das gar nicht so schlecht. Der Kaiserschmarrn ist scheiße. Das ist ein Drama. Ein Kaiserschmarrn-Drama ist das. Das ist toll. Jetzt seid ihr noch noch ein paar Wolken auf. zur Straße. Aber Herr macht das Faith. Unsere слово ist. Untertitelung des ZDF, 2020